Sissi! Franz und Gisela erwarten dich zum Frühstück. Ich muss allein sein. Weiter, Papa! Warm, 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 wärmer, fast und jetzt! Maman! Ja, mein Schatz, die Maman ist wieder da. Und ich geh auch nicht wieder weg. Ich bin so froh, dass es dir besser geht. Bleib doch noch ein paar Tage hier. Ich muss zurück nach Wien, ich kann die Abreise nicht mehr aufschieben. Ich begleite dich. Ich will wieder an deiner Seite stehen.